Geht's? Ich schwimme in meinen eigenen Säften. In kurz. Genau. So was? Ja. Machen wir es vielleicht ohne Gaumen? Ich schwimme jetzt. Schau, da füllen wir gleich das Plexiglas zu haben. Was ist das für ein Bild, Mann? Red ich ein bisschen schnell? Nee. Okay. Okay, das ist jetzt Angstschweiß. Der kannst du jedes Mal bringen. Yeah. Geil, mit Delay. Warte. Warte. Doch, 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 doch. Hat nur kurz gebraucht. Wie? Deine Frau wird wieder lebendig? Nee, der Hund wird wieder... Deine Frau kommt zu... Da kommt der Hund. Das Gefängnis kommt zu dir zurück. Der Gefängnis ist zurück. Weil es die charmante Art zu sagen ist, weil es noch scheiße ist. Einen noch zur Sicherheit. Ja. Der war schon gut. Gut, ja? Der ist schon ein Kass. Einer ist gut. Wie du mich heut puder... Ja, das ist echt ganz hitzig. Ja, das ist echt... 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 Vielen Dank.